Das Tagebuch der Anne Frank habe ich geschenkt bekommen in dem Sommer, als ich 14 Jahre alt wurde. Und das habe ich von einer Tante geschenkt bekommen. Und für mich war dieses Buch, einerseits beschreibt Anne Frank ja aus der Sicht einer 12- bis 14-Jährigen ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse. Und da ist ja ganz viel dabei, was einen selbst im Alter von 13, 14 Jahren umtreibt. Insofern fühlte ich mich als Mädchen davon sehr angesprochen. Und zum anderen sind wir natürlich in der DDR oder auch bei mir in der Familie sehr stark mit den historischen Hintergründen des Nationalsozialismus, der Judenvernichtung bekannt gewesen und konfrontiert worden. Und das war aus einer sehr persönlichen Sicht, nämlich der von Anne Frank, nochmal ein Einblick in das, was es für das Leben der Menschen ganz konkret bedeutet hat. Und für mich war dieses Buch dann auch eine Anregung. Das habe ich dann in meinem Tagebuch, was ich dann nach der Lektüre von Anne Franks Tagebüchern begonnen habe, war das der Anstoß, selbst Tagebuch zu führen. Und in meinen Tagebüchern schreibe ich dann eben, ich habe einerseits die Tagebücher von Cornelia Goethe gelesen und andererseits das Tagebuch der Anne Frank, dass das also der letzte Anstoß war, nun selbst anzufangen zu schreiben. Also und ich wusste das ehrlich gesagt auch selbst nicht mehr, aber schon der erste, also der erste Eintrag in dem Tagebuch, was ich dann begonnen habe, das war das ehemalige Wäschebuch einer Tante von mir, die auch Schriftstellerin war. Und dieses Wäschebuch gab es in mir, da war auf den ersten Seiten waren dann so Wäsche-Eintragungen verzeichnet. Und in diesem Buch habe ich dann auch beschrieben, warum ich jetzt anfange Tagebuch zu schreiben. Und ich habe dann natürlich in Anlehnung auch an Anne Frank mein Tagebuch mit einem Namen versehen, damit ich also an eine, in Anführungsstrichen, fiktive Person schreiben konnte. Und so viel, ja, Zurückhaltung hatte ich dann doch, dass zwar einerseits das Tagebuch der Anne Frank für mich ein Vorbild war, aber andererseits habe ich mich doch dafür gescheut, meinem Tagebuch den gleichen Namen zu geben, den Anne Frank ihrem Tagebuch gegeben hat, obwohl ich das damals eigentlich wollte. Und ich habe dann den Namen ein bisschen abgewandelt, fand ihn aber eigentlich selber doof und bin dann auch später komplett davon abgekommen, an eine fiktive Person zu schreiben. Aber das war tatsächlich inspiriert von Anne Frank und dem Nachahmen dessen, was Anne Frank gemacht hat. Nackt unter Wölfen ist ja in der DDR-Pflichtlektüre in der Schule gewesen. Also wir haben das auch gelesen, das Buch, kann ich mich gut erinnern. Und ich weiß auch, dass ich tief davon beeindruckt war. Also ich war natürlich tief davon beeindruckt, erstens, dass es diese unglaubliche Solidarität gegeben hatte von dem Schicksal des kleinen Kindes. Und das hat mich damals besonders berührt. Nach 1990 sind ja dann andere Teile der Geschichte auch zum Vorschein gekommen. Aber für mich war das trotzdem oder blieb es ein beeindruckendes Buch. In der DDR ist man ja damit aufgewachsen. Also der Antifaschismus war überall und ich hielt das auch natürlich für eine sehr gute Sache. Was mir damals natürlich nicht bewusst war, war wie einseitig das war, was alles ausgeblendet wurde, auch wofür es missbraucht worden ist. Das hat sich später erst alles herausgestellt mit dem Wissen über historische Zusammenhänge, mit dem Wissen über die weißen Flecken, über die vielen Tabus, die nicht angesprochen wurden. Aber natürlich waren solche Bücher wie Nackt unter Wölfen auch emotional dazu gedacht, dieses Gefühl zu verstärken. Und auch dieses Gefühl zu verstärken, dass man natürlich auf der richtigen Seite steht und vor allem auch das Gefühl zu verstärken, man darf nie wieder zulassen, dass so etwas passieren kann. Also das erste Buch, was ich mir dann nach 1990, als dann die D-Mark zur Verfügung stand, gekauft habe, das war zum einen der Archipel Wulag von Solzhenitsyn. Also ein Buch, was in den späten DDR-Jahren auch immer wieder Thema war, wo es um dem Sputnik-Verbot, auch um die Aufklärung über die stalinistischen Verbrechen ging. Und man hörte ja sehr viel, aber das Buch war verboten. Und ich wollte das unbedingt lesen, das war das eine Buch. Und das andere Buch, was ich auch unbedingt haben wollte, was auch vor 1989 bei uns im Freundeskreis viel diskutiert worden ist, obwohl es niemand gelesen hatte, weil es das nicht gab. Es war Uwe Jonsson, Jahrestage. Und da ist ja der Ausgangspunkt 1968, die Ereignisse in Prag aus Sicht eben einer jungen Frau, die in New York arbeitet bei einer Bank und von dort aus auch das Geschehen in Europa reflektiert. Und natürlich auch sehr viele Hintergründe, was die sowjetischen Speziallager in der DDR betraf, was die stalinistischen Verfolgung und Repression betraf. Also alles Themen, die unglaublich tabuisiert worden sind. Und das sind eigentlich meine ersten beiden Leseerfahrungen und Entdeckungen nach 1990. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es zum einen doch eine ganze Reihe Schriftsteller gab. Mein Vater ist Schriftsteller und meine Mutter war Lektorin im mitteldeutschen Verlag. Die durfte dann dort nicht mehr weiterarbeiten, sondern musste sich, wie es in der DDR hieß, bewähren. Als Nachtwache vier Jahre in einem Krankenhaus. Ja, aber unser Haus war immer voller Bücher und die ganze Familie hat gelesen. Also meine Großeltern hatten schon sehr viele Bücher, meine Mutter hatte sehr viele Bücher. Wir hatten eine eigene kleine Bibliothek, also es hieß auch das Bibliothekszimmer. Da wurde dann der Tee nachmittags getrunken und wurde über die Bücher debattiert, die man gelesen hat. Es gab da die Klassikerausgaben, also Goethe, Schiller natürlich, aber auch Heine, viele andere Klassikerausgaben. Auch viele zeitgenössische Bücher und es gab auch Bücher, die dann in der DDR, wenn nicht verboten, doch so zumindest nicht gern gesehen waren. Also es gab eine Nietzsche-Ausgabe, es gab Karl May und diese Bücher wurden in der Regel mit dem Rücken zur Wand gestellt, sodass man nur das von außen sah, sodass niemand wusste, was das für ein Buch ist. Und weil das natürlich aufgefallen ist, dass die einen Bücher so rum und die anderen so rumstanden, wurden diese Bücher, die als potenziell gefährlich galten, die wurden dann in so braunes Einschlagpapier eingewickelt. Und als Kinder hat das natürlich für uns eine besondere Anziehungskraft gehabt. Also bei uns wurde immer sehr viel gelesen. Das war auch bei uns in der Familie, also einerseits natürlich durch die Schriftsteller, die Autoren, die es gab, durch die auch, ja, die Lesetradition, das war ein Fenster zur Welt. Also mit den Büchern konnte man aus dieser Enge der DDR fliehen. Man las eben über Zeiten, über Gegenden, die man nie hat sehen können und wo eigentlich auch zu DDR-Zeiten wenig Hoffnung bestand, dass man jemals dorthin kommen könnte. Und andererseits, also es waren so verschiedene Fluchtpunkte. Es war ein Fluchtpunkt aus diesem beengenden, bedrängenden Alltag, den es in der DDR gegeben hat, zumindest für mich und meine Familie. Und andererseits war es aber auch eine Reise ins Ungewisse, eine Reise in andere Kulturen, in andere Weltgegenden. Und ich kann mich erinnern, es gab Lotte Ulbricht, die hatte ihren Mann begleitet, offenbar auf einer Reise nach Ägypten. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, das hieß Eine unvergessliche Reise. Dazu muss man wissen, dass bei uns zu Hause eben auch sehr viele Bildbände, sehr viele Reisebeschreibungen, die in der DDR veröffentlicht worden sind oder die uns Freunde aus dem Westen mitgebracht hatten. Das war dann auch, dann haben wir uns die Bilder angeguckt von Paris und haben uns vorgestellt, dass wir da irgendwann mal sitzen und an der Szene einen Kaffee trinken. Und dieses Buch, Eine unvergessliche Reise, da kann ich mich noch gut erinnern, dass meine Mutter mit ihren Freundinnen, die hatten das Buch gelesen und bei einem dieser berühmten Tee-Nachmittage regten die sich unglaublich über dieses Buch auf, weil keiner von denen das Land verlassen durfte, nach Ägypten oder Frankreich reisen konnte. Und diese Frau von Walter Ulbricht fährt also mit ihrem Mann dahin und beschreibt dann und tut so, als ob das selbstverständlich wäre. Und dann gab es noch ein zweites Buch, was eben auch so heftige Wellen geschlagen hat. Das war von Annelie Thorndijk, die ihren Mann auf einer Reise oder mehreren Reisen auch begleiten durfte. Er war Dokumentarfilmer und sie hatte einem ihrer Reisetagebücher das Motto vorangestellt, um zu wissen, dass der Himmel überall blau ist, muss man da nicht hinfahren. Und das war natürlich für diejenigen, die in der DDR nicht reisen durften, die blanke Provokation. Das war Zynismus pur, dass jemand, der fahren darf, den anderen erklärt hier, ich gebe euch meine Erinnerungen, ihr könnt hier in dem Buch rumblättern, aber ihr braucht da nicht hinfahren, weil ich sage euch, da ist der Himmel auch blau. Also es gab ein Buch, also aus meiner Sicht ist dieses Bedrückende, zumindest in den Büchern, die offiziell veröffentlicht worden sind, nicht wirklich zum Tragen gekommen. Also in den 80er Jahren haben wir dann untereinander im Freundeskreis wurden die Gedichte von Wolf Biermann weitergegeben oder von Rainer Kunze, Sarah Kirsch auch. Und da klang das auch immer ein bisschen an, auch diese Ausweglosigkeit. Und Rainer Kunze und Wolf Biermann, das war ja verboten. Also das drückte schon sehr gut dieses Lebensgefühl aus, dieses Gefühl des Eingesperrtseins, des Nicht-Entkommen-Könnens, des Ausgeliefertseins. Also jetzt ein Buch, ein Roman selber kann ich mich nicht erinnern. Ich habe auch damals wenig DDR-Literatur gelesen, weil mein Vorurteil war, das, was die veröffentlichen, ist sowieso alles nur geschönt. Und das will ich gar nicht lesen. Das sagt mir nichts. Da rege ich mich nur auf. Das sind eh alles Lügen. Und wir hatten zu Hause eine riesige Goethe-Bibliothek. Also nicht nur die Werke selber von Goethe, sondern sehr viele Bücher über die Zeit von Goethe, über sein Umfeld. Natürlich seine Reisen nach Italien oder Herders-Sammlungen oder Schiller. Aber das ganze Umfeld, dieses geistig-kulturelle Umfeld, was sich am Thüringer Musenhof, wie er ja hieß, versammelt hatte. Und das habe ich sehr, sehr viel gelesen. Also ich glaube, ich war damals die einzige 14- oder 16-Jährige, die den Faust auswendig konnte und die über die Goethe-Zeit eigentlich mehr wusste als über die Zeit der DDR. Mein Lieblingsbuch ist nach wie vor Uwe Jonsson, Die Jahrestage. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.